Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Expanse. Irgendwie sehen die hier sehr auf Konservierung aus. So, der Arbeitstisch, den hatten wir. Was haben wir hier? Ah, Kletterhaken. Okay. Na, da geht's auch weiter. Hm. Scheint so. Ah, noch ein Computer. Diesmal zum Scannen. Cool. Ausgehende Nachrichten. Hirnausbruch. Einsieh. Mhm. Hm, okay. Dann, würde ich mal sagen, ab zur Luftschneuse. So, hier mal wieder gucken. Ah, da ist schon wieder was zu mitnehmen. Cool. Also Potenzial zumindest. Schön, schön. Dann, haben wir hier erstmal nichts. Ja, aber so hat der Vorteil, wenn wir jetzt nicht wieder im, äh, also direkt aus dem Schiff starten, haben wir jetzt nicht so viel, äh, im Weltraum rumzufliegen, wo wir potenziell was übersehen könnten. Aber das habe ich ja bisher zum Glück auch ganz gut hingekriegt. Äh, hier hat mein Notstrom. Ich will mich vorher nochmal ein bisschen umschauen hier. Erstmal potenziell alles frühstücken. Aber da geht, glaube ich, erstmal nix. Sonst doch da oben. Stromwandler. Mhm. Ja, wer weiß, wenn wir das jetzt einschalten, ob wir nicht aus dem Raum dann wieder rausgekickt werden. Ich dachte, Belters recycelte ihre deaden. Wir tun. Wir brauchen nicht zu sein. Wir benutzen jedes Mal aus dem Ressourcen wir haben. Das ist wie wir leben. So, was hast du hier passiert? Vielleicht die Leute hier verabschieden und fiel. Wer weiß, was wir noch finden? Dear Gott. Okay, ja. Ich bin schon befürchtet, werden wir halt hier rausgekickt. Okay, so now that we know that this channel is definitely private, you can finally tell me that last night was amazing and you'll never be the same again. I'm flattered. Okay, ja. Ja, einfach mal Interesse halber. Ja, wir wären glaube ich nicht mehr zurückgekommen. Das heißt, bevor ich irgendwas um- oder einschalte, erst den Raum abscannen, ob da vielleicht noch was ist. Sehr gut. Das bringt leider nicht so viel. Was haben wir denn hier? Ja, auf jeden Fall. Sonst ist doch irgendwas von Interesse, nee, oder? Ah, hier waren wir noch nicht dran. Huh. Oh, all these poor Sobaccawallas, staring at the abyss for eternity. Mm-hmm. I submit this recording alongside the station's medical records for future study. Though I take less faith than Dalton and foreign visitors, I have hope our tragedy will prove instructive to the burgeoning field of extraterrestrial immunology. The pandemic which decimated this station began as a standard mycobacterium tuberculosis infection. I contend it was our antibiotic air filters which provoked the initial evolutionary surge, but it was the children born to this station whose stunted immune systems provided the fatal breathing grounds. I did all I did all I could, and in truth, we all did, but we had no chance. Mm-hmm. 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 Oh, yeah. Sehr schön. They were taking supplements to combat living and microgravity. Wonder if it's the same stuff we take. I doubt it. The only reason we survive now is because of what we learn from settlements like this. These must be from whoever planted the MK core. We're close. Stimmt, sonst, äh, haben wir ja... Oder? Gar nicht mehr drauf geachtet, oder ich bin noch, welche sie sind. Hm. Genau, da waren wir jetzt auch drin. So, you're heading back to Ceres and leaving the Artemis without a captain? I suppose that's true. Damn. If I knew last night with a one-off, I would have gotten even less sleep. I will... Miss you too. Oh, for fuck's sake. At least call me a well walla, or tell me how you can kick my Martian ass. I will miss kicking your ass, well walla. Thank you. Haha. Na, immerhin. So, wo müssen wir denn runter? Darum, ne? Jupp. Könnten wahrscheinlich auch hier runter gehen. Obwohl, ich glaub, hier hört's auf. Dann, äh, rechts. Hm. Ne, da hört's tatsächlich auf. Wo ist du? Ah, okay. Hier. Das hatte ich jetzt nicht gesehen. Okay, dann gehen wir links rum. Kann ich das nochmal ändern? Ja. Hm. Runter bringt's nicht. Also links. Hm. 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 Bin ich ja mittlerweile von Watch Dogs gewohnt. Hm. Was haben wir denn? Oben. Und rechts. Okay. Nehmen wir oben. Rechts ist... Erstmal Ende. Wahrscheinlich, wenn's halt nicht klappt, direkt zu nem Ende zu führen. Also wenn wir einmal die falsche Abzweihung nehmen. Das ist ganz praktisch, tatsächlich. Schön. Dann können wir hier nochmal durch. Ui. Okay, ich glaub hier ist potenziell viel zu. Das müssen wir mal zu erkunden. ... ... Are you seeing this? Sure am. How has all of this just been sitting here? Their stories were abandoned, just like they were. What gets me is that there was no OPA back then. There wasn't even the word Belter. But as soon as they got out here, somehow their lives didn't matter anymore. Huh. Well, if that's how you feel, welcome to the OPA. I'm serious. I'm serious too. The OPA isn't just for duck orphans on Ceres. It's for anyone who wants to fight for a free belt. At least that's what it should be. Huh. Okay, have we here noch was? Noch an Sack. Looks different from the coffins in the upper sectors. Maybe they built it in the early days before they ran out of supplies. Okay. Sonst erstmal nix. Aber ich sehe auch hier sind wieder die... Punkte. Also die, 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 die hier diese... Navigations... Dinger. Ah ja. Sehr cool. Mhm. Dann können wir uns das hier nochmal anschauen. Da müssen wir dann weiter, ne? Ja. Okay. Hier steht aber sonst erstmal nichts interessantes mehr zu sein. An den Decken. Ja, sieht auch nicht so aus. Hm. Oh Gott. Wahrscheinlich müssen wir hier nochmal zurück. Um's nachher einzuschalten. Another Nav Beacon. We must be getting close to the core. Hm. Ich denk doch mal. Hm. Okay. Hier ist ja noch wieder was einzuschalten, ne? Ah ne, wir müssen einfach weiter. Ah ne, wir müssen einfach weiter. Okay. Habt ihr hier unten was versteckt zufälligerweise? Ne, ok. Sicher ist sicher. Hier noch was, ne, sieht nicht so aus. Ah ja, genau, hier müssen wir da einschalten, das heißt erstmal umschauen. Nö, diesmal nicht, da oben ist was. Ah, guck mal, sonst noch irgendwas mitzunehmen hier? Ne, sieht nicht so aus, ok, aber ja, auch hier hat es sich wieder gelohnt. Ah, ich komm jetzt wieder in eine Cutscene, ähm, mal gucken. Hm? Hey. With all this alone time you've given me, I've been thinking about something. Whatever this treasure is, the one thing we know is that it will change everything. No more scavenging, no more running. That's the hope. The thing is, I think if I had all the money in the world to do anything I wanted, it would be doing this. With you. Okay, not this exactly, but working with you to help build a better future for the Belt. I want to be a part of it, if you'll have me, I mean. I'd be lucky to have you. So would the OPA. As long as you're sure that's what you really want. I want to be a part of something that matters. And I want to be with the only person who's ever made me feel like I matter to. the world. Holy shit, this is beautiful! It would be beautiful, if it wasn't filled with dead Beltas. Das Schaaf ist auf dem Boden. Ich weiß es aus den Koordinaten. Das ist sehr gut. Ich muss den Server für den Sektor nachdenken, dann werde ich Sie da. Okay, here's something. The sector's thermo-scanner reports biometric presence. There must have been someone here. They're still here! Coming down. No, stay back. Try to get eyes. My name is Kamina Drummer. I don't know who you are, but- I know who you are! You're the pirate JP sent to take me out! Lousy India scum, but you'll never find that sample! I see him. He has you pinned down. I'll try to direct you from up here. Okay, he's coming up on the left. Okay, then we're in the other direction. Okay, he's blinking around here! Left! You got him! But I don't think he's down. I've- I lost visual. Maya! Wait! He's charging! You're left, now! Now! I got him! You're right! I'm sorry! I got him! I got him! Ja, wer weiß. Okay, da haben wir jetzt einiges zum Anschauen. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.